WerbenskirchenTV 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 Ich glaube, man muss jeden ernst nehmen, der Sorgen hat. Aber Euro zurücknehmen und dem Markt wieder einführen wäre irre. Die Volkswirtschaft würde die Arbeitsplätze in Deutschland massiv gefährden und allein aus dem Grunde kann man das nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass es ernsthaft dafür viele Leute gibt, die das fordern. Es ist mehr so eine Stimmung ab und zu, wenn man sauer ist. Aber es wäre gefährlich für Arbeitsplätze und für Wohlstand in Europa. Stichwort Energiewende. Wie nehmen denn die restlichen europäischen Länder uns da konkret wahr? Ich glaube, die halten da nicht viel von. Die sind da nicht von begeistert. Die haben eher den Eindruck, dass die Deutschen sich nur um ihre Sache kümmern und keine Rücksicht darauf nehmen, welche Belastung das für die Nachbarländer ist. Und insofern wird ja jetzt gerade auch in Deutschland korrigiert. Stichwort EU-Außengrenzen. Verhält sich Europa richtig, wenn es sich abschottet? Ja, das ist eine große Frage und schwer zu beantworten. Ich glaube schon, dass wir in Europa nicht alle Menschen, die auf der Welt Probleme haben, aufnehmen können. Das geht nicht. Es geht ja nicht um tausend, die ja gerade in den Booten sitzen, sondern es geht ja dann um Millionen. Und das ist überhaupt nicht zu bewältigen. Umgekehrt kann man aber auch nicht sagen, es geht uns nichts an, wenn die Menschen da auf der Welt an anderen Stellen Hunger leiden und verhungern. Und deswegen glaube ich, das Wichtigste wäre, wenn Europa dafür sorgt, dass die Entwicklungshilfepolitik konzentrierter, wirkungsvoller wird. Dass wir den Menschen da helfen, wo sie leben, wo sie wohnen, wo sie ja auch am liebsten bleiben würden. Ist es so, dass in den nächsten Jahren noch weitere Mitglieder in die EU kommen? Also ich glaube, dass die Vergrößerung Europas so langsam an die Grenzen stößt. Viel mehr können wir nicht dazu nehmen. Es wird noch ein paar geben. Das frühere Jugoslawien hat sich an mehrere Einzelstaaten zersplittert. Da wird bestimmt über die längere Zeit noch mal was sich tun. Aber große Projekte wie Türkei oder Ukraine halte ich für falsch. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Frage zum Thema Lobbyismus. Stichwort Monsanto oder Suez. Ist das eine Gefahr? Oder sagen wir mal so, sind Teile der EU-Gremien möglicherweise käuflich aus Ihrer Sicht? Glaube ich nicht. Es gibt in aller Politik, in allen Staaten, in allen Parlamenten natürlich immer Situationen, dass Menschen sich über Finanzmittel zu politischen Meinungen hinreißen lassen. Ausschließen kann man es nie, aber es sind immer Einzelfälle. Und es gibt in Europa nicht mehr oder nicht weniger als woanders. Und wir haben Gott sei Dank die Regeln so verschärft, auch die Transparenz, dass jeder wissen kann, was und wo jeder andere Abgeordnete neben seinem Beruf noch tätig ist. Stichwort Fiskalpolitik, also Steuerflucht. Kriegen wir das in den Griff, dass wir wegkommen von den Briefkastenfirmen, so wie das vielleicht auch in den USA versucht wird in Teilen? Ja, das ist innerhalb der europäischen Staaten leicht. Weil wir haben Regeln und da darf es das nicht geben. Und wenn es das gibt, kann man es eingreifen. Aber außerhalb Europas ist es schwierig, weil wir können denen ja keine Vorschriften machen. Das ist dann schon eine Aufgabe international. Das heißt, über Europa hinaus muss man Regeln finden. Aber da ist mein Eindruck, das Klima verändert sich ein Stück. Also es gibt immer mehr, die sagen, das können wir nicht laufen lassen, weil auch immer mehr davon negativ betroffen sind. Bedeutet also Schweiz-Lichtenstein demnächst vielleicht Vergangenheit? Nee, Schweiz-Lichtenstein erstens nicht Vergangenheit. Und zweitens haben die ja gerade die beiden schon eine Menge an Korrekturen in ihrem Regelwerk realisiert auf Druck von außen. Also ich finde, das Problem ist heute nicht mehr so gravierend, wie es mal war. Und dann noch eine letzte Frage zum Thema Wermelskirchen. Wie war denn Ihre Zeit hier in Wermelskirchen? Es war eine tolle Zeit. Ich war im Gymnasium. Das hat mir viel Spaß gemacht. Abends treffe ich auch noch Schüler von damals, die mittlerweile groß und wichtig und bedeutsam auch geworden sind. Und nein, da will ich keine Sekunde von vermisst haben. Das war toll. Es hat viel Freude gemacht. Aber gut, man entwickelt sich weiter oder macht anderes. Keine Frage. Und letzte Frage. Beruflich und familiär. Können Sie das immer gut unter einen Hut bringen bisher? Es wird zunehmend schwieriger, ist ja klar. Weil man die Woche über in Brüssel ist oder in Straßburg ist. Und wenn man hier ist, dass ich auch um die Leute in dem Wahlbereich kümmern muss und viel unterwegs ist. Aber das ist doch bei jedem so, der nicht den normalen Job hat. Der keine ganz geregelten Arbeitszeit hat. Und mich hat ja auch keiner gezwungen. Ich mache es ja gerne. Insofern, mir macht es Freude, das ziehe ich durch. Und wir finden zu Hause Kompromisse. Ja, dann danke ich vielmals für das Gespräch, Herr Reul. Bitte, bitte. Und viel Glück bei der Europapolitik. Ich danke schön. Werbefilm-TV. Ich danke schön. Ich danke. Ich danke. Ich danke.